Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft! Unsere Felder sind versorgt um die Raffinerie, sag ich schon, um die Produktionen allgemein hab ich mich auch gekümmert. Wir wollten noch Milch zur Molkerei fahren und deswegen steh ich hier. Wir kaufen uns heute einen Milchlaster. Aber das machen wir nach der Werbung... ...nach dem Intro. Sorry, Werbung seht ihr bei mir? Keine. Nach dem Intro. So, da bin ich auch schon im Shop. Hol' mir erst mal den Tank. Anhänger. Da kommt ja irgendwo hier... Ja, ich mag den einfach. Den hier. Füllarten. Luft, Rapsöl, Diesel, Gärreste, Traubensaft, Hepazit, Kalk, Flüssigdünger, Gülle, Milch. Da kommt nichts anderes rein, wie Milch. Ein reiner Milchlaster gibt es. So, ich fang mal oben an. Straßenreifen, Leuchtfeuer. Bei Milch braucht man das nicht. Da brauchen wir keine Leuchtfeuer. Einige Kupplungen brauchen wir nicht. Ich fülle Arten Milch. Platzierbare Abziehbilder. Vorne. Seiten. Jawohl, so mag ich das. Flüstandanzeige ja. Die Hauptfarbe. Die könnte ich jetzt weiß machen. Für Milch. Oder ich mach so einen Stahltank. Hygiene. Frei. Die Designfarbe, die kann ich ja dann mal... Mal gucken. Ja, das kann ruhig rot sein. Die Felgenfarbe lasse ich auch. Kapazität. Mit 250.000 Liter. Die Milch macht's. Ja. Ich denke... Das ist ein schöner Milchtank. Den lasse ich mal so. Den kauf ich jetzt einfach. Kann ich ja später noch ändern. Falls mir das dann doch... zu blöd wird. So, und jetzt habe ich mir auch noch einen schönen LKW rausgesucht. Ich habe noch nie einen... VW gehabt. Als LKW. Deswegen mag ich den mal... testen. Den finde ich hier aber nicht. Ich stehe unter Diverses. Ähm... Ne. Wo ist denn der beknackte LKW? Habe ich da noch gar keinen Haken dran gemacht. Oh, oh. Da müssen wir mal kurz pausieren. Ich muss mal aus dem Spiel nochmal raus. Und gucken, ob da der Haken fehlt. So, da sind wir wieder im Shop. Ich habe tatsächlich den Haken nicht rein gemacht. Und da gucken wir uns jetzt mal hier. Den hier habe ich mir rausgesucht. Einen VW... Meteor. Äh... Und umleuchte. Klima... Klimaanlage kriegt er natürlich. Ich will ja meinem Fahrer... Hä? Wo ändert sich da was? Ach, da oben auf dem Dach. Klimaanlage eins. Klimaanlage zwei. Drei. Vier. Ne. Klimaanlage kriegt er. Zwei in schwarz. So, Motorausführung. Dann nehmen wir natürlich... die stärkste, die es gibt. 560 PS. Die Reifen, da spiele ich gar nicht rum. Seitenabdeckung. Ja... Finde ich schön, ne? Markenlogo. Naja... Wenn ich schon VW habe... Soll man es auch sehen. Eine Ewigkeit später. So, da sind wir wieder. Und ich habe mich jetzt einfach dafür entschieden. So, ich hänge jetzt mal zusammen. Und dann sehen wir, wie das aussieht. Ich verteile erst doch schnell die Peikplätze. ... 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